Jenny Silverstick ist als Tattoo-Queen und Piercing-Künstlerin mittlerweile ein Star in der Tattoo-Szene. Doch Jenny ruht sich nicht auf ihrem Erfolg aus. Seit kurzem bietet sie etwas ganz Neues an. Ja, mir ist mit der Zeit hier ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen, das gebe ich ganz offen zu. Bei der Arbeit immer nur auf dem Stuhl rumrollern war mir irgendwann zu wenig. Ich brauche Abwechslung, die hat mir da gefehlt. Das Geheimnis ihres Erfolges, Jenny erfindet sich immer wieder neu. Bettos und Piercing macht ja heute jeder, sind wir mal ehrlich. Und deshalb habe ich ein neues Konzept entwickelt. Ich nenne es Action-Piercing. Das ist eine Mischung aus Action auf der einen Seite und Piercing auf der anderen. Halb Action-Piercing. Stefan, ein Augenbrauen-Piercing war das, ne? Neulich habe ich auch einen gepiercet. Der ist aber nur zufällig vor dem Fenster mit seinem Hund Gassi gegangen. Da bin ich ihm aber im Preis auch entgegengekommen, ne? So ist die Jenny. Ich würde jetzt schon gerne hier wieder runter. Ach, pappalapap. Mach es wie ich. Augen zu und durch. Ne, 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 ne. So macht es mir wieder mehr Spaß. Und für den Kunden ist es auch ein bisschen Nervenkitzel. Die Augenbraue ist es zwar nicht direkt geworden, aber das Auge. Immerhin. Überladen Aufruf. Hö entrepreneur Owner. AbsוסCine. Aus Augenbrauen Size. Preside Laumftけど Saug lei an ihm. Tag kann aus gibами aus.